Ja, nach einem ereignisreichen Fluch, über elf Stunden sind wir unterwegs gewesen, dann nochmal eine Stunde von Mexico City nach Oaxaca, sind wir jetzt im besagten Oaxaca angekommen. Wir haben gefrühstückt, bei uns ist es ein bisschen später, wir liegen mit der Zeit sieben Stunden hinter der Zeit in Deutschland zurück. Aber trotzdem will ich euch jetzt, bevor wir unsere ersten Filmarbeiten angehen, ganz, ganz liebe Grüße hier aus dem schönen Oaxaca im Süden Mexikos schicken. Habt ein schönes Wochenende, wir sehen uns! Vielen Dank!